Heute hat Arsenal gegen Aston Villa 0 zu 3 verloren. Ein Spiel, was sich nicht so erwartet hätte, aber so gut wie Aston Villa aktuell ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich wieder in der Saison bleiben. Klar, letztes Jahr haben sie es nur ganz knapp geschafft. Kann sein, dass sie es wieder dieses Jahr vielleicht aktuell jetzt noch gut haben, aber so weiter halt die Saison reingeht halt ein bisschen schwerer haben. Ich denke mal so, die werden so am Ende der Saison nur auf Platz 10, 11, 12 stehen, aber das wäre trotzdem gut, weil die wären in der Liga geblieben. Einfach gesagt, Aston Villa kann sich gut in der Liga einbringen, ja, und wenn es halt weiter so gut geht, was sich auch ein gutes Premier League Team wären. Sind sie schon, spüren die sich da sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, klar, zwei Niederlagen haben sie jetzt schon hinter sich wieder und klar, die werden auch nach und nach auch mehr kriegen. Aber einfach gesagt, Aston Villa ist aktuell auf 6. Arsenal, ja, man sieht halt, dass die Tabelle, ich sag mal so bis zum 18. Spieltag, denke ich mal, 19. Spieltag, dass sich das wieder so normalisiert, dass jetzt so West Southampton weiter unten, vielleicht höher als normal, aber weiter unten. Aston Villa vielleicht auch weiter unten, die haben sich ja gerade zugerät, das heißt, jeder Platz höher ist besser. Arsenal, denke ich mal, dass die, ja, die waren letzte Saison nicht so gut, deswegen denke ich mal, dass sie auch nicht so viel krass besser werden. Manchester City und Man United werden auch noch höher gehen. Auf jeden Fall kann man das auch wirklich noch nicht richtig reinbewerten, weil Burnley fehlt ja noch gegen Manchester United. Und Man City fehlt noch gegen Aston Villa, weil wenn Aston Villa das Spiel verliert, dann wäre Manchester City schon weiter oben und Manchester United auch. Das heißt, abwarten, ist noch genug Zeit da und, ja, ist noch genug Zeit da. Tore sind in der 25. Saka, ein Tor, in der 72. Vakings und in der 75. Vakings-Vorlag durch Burnley und Lesch, dadurch, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich habe Aston Villa viermal gewonnen, zwei Unentschieden gespielt und 13 Mal verloren.